Die Highschool Info Tour ist ein ganz ganz besonderes Event, denn wir bekommen hierbei nicht nur Unterstützung von unseren ehemaligen Teilnehmern, sondern auch von Vertretern unserer internationalen Partnerorganisation, zum Beispiel aus Neuseeland oder Kanada. Die Partner sind ganz ganz wichtig für das Auslandsjahr, denn sie suchen vor Ort die passende Gastfamilie und sind auch für die Betreuung vor Ort verantwortlich und auf der Info Tour haben die Familien eben die einmalige Chance, diese Partner kennenzulernen und sich auch schon vorher Tipps und Wissen über die jeweiligen Länder von ihnen zu holen. Also als ich mich dazu entschieden habe, da hat mich halt irgendwie das Fernweh gepackt und ich wollte halt irgendwie die Sprache Englisch in einer anderen Form entdecken, also mit dem Dialekt und so. Und ich war in Australien und ich hab Australien gewählt, weil es halt relativ sehr weit weg von meinem Zuhause ist und es halt echt ein komplett anderes Leben da unten ist und das sollte ich halt entdecken. Ich denke, die Hauptsache, dass es wirklich gut ist, dass es ein paar Partner ist, die Partner von StepIn hier sind und die Eltern können eigentlich hören, was auf offer und antworten die Hauptsache. Die Hauptsache ist, die Hauptsache, die Hauptsache zu gehen. Und sie bekommen eine Art, in einer Art, welche Hauptsache sie sollten, dann können sie zurückkommen, und StepIn kann alles für sie tun. Die Hauptsache, die Hauptsache, ist, die Hauptsache, sollten wir wählen. Und sie können das tun, indem sie uns zu sehen, und das ist die Hauptsache. Ich denke, das ist die Hauptsache, warum diese Tours sind fantastisch. Ich habe die Unique observation, dass sie die Studenten, wenn sie zuerst kommen, und oft zu sehen sie, wenn sie nach Hause kommen. Und die Art, wie sie change und matured und werden strong, independenten Menschen, ist immer sehr, 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 sehr zu sehen. Sie starten auf, you know, nervös, timid, unsure, aber sehr, 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 sehr. Und sie gehen nach Hause und haben eine neue Familie, eine neue Kultur. Sie haben Freunde von überall auf der Welt, und sie bleiben in Kontakt mit ihnen. Es ist so eine wunderbare Erfahrung, und ich empfehle es zu allen. Also zum nächsten Mal. Die�hung wird mit der Bildung bei mir be- eyes- der Bildung Tillich peptidee aus. Und weil sie nur eine richtige Frage an der Bildung sind, nicht nur ein blöch 스� vaccinations zu sein.